Hallo, hier ist wieder Sonja. Ich singe Weihnachtslieder, weil so viele Leute jetzt daheim hocken und nicht zum Gottesdienst gehen oder irgendwo mit Leuten singen können. Könnt ihr vielleicht ein bisschen zu Hause mitsingen. Ich habe dieses schöne Buch, Alle Jahre wieder, von DTV. Da steht alles mögliche drin. Also die meisten kennt man, manche nicht. Hier kommt, Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen, ein geputzter Kronensaal. Wisst ihr noch, wie vorges Jahr es am heilgen Abend war? Wisst ihr noch die Spielebücher und das schöne, hotte Pferd? Schönste Kleider, wollne Tücher, Puppenstube, Puppenherd. Morgen strahlt der Kerzenschein. Morgen werden wir uns freuen. Das war Seite 28. Okay, tschüss!